Dieser Kult-Band und ich wette, dass sie alle, aber auch wirklich alle, ihre Hits mitsingen können. Hier sind Bonnie M. featuring Liz Mitchell. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei diesen wunderbaren Künstlern, mit denen das so unglaublich viel Spaß gemacht hat heute Ich bedanke mich beim besten Publikum, das man haben kann, hier im Studio in Köln und natürlich auch bei Ihnen zu Hause Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen ganz, ganz tollen Abend Rutschen Sie nachher gut ins neue Jahr, feiern Sie fröhlich und vor allem bleiben Sie gesund im nächsten Jahr Dass wir uns dann alle gesund wiedersehen Tschüss, machen Sie es gut, einen guten Rutsch Ich bin jetzt noch ein paar Jahre alt, wenn Sie sich mit dem ZDF für funk, 2017 Ich bin jetzt aber ein paar Jahre alt, wenn Sie ganz viel mehr viel mehr fühlen, was man ja auch bei ihnen ein bisschen mehr fühlt, was man ja auch bei Ihnen ist, dass man ja auch bei mir ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017